hallo und willkommen ja ich stehe auf der kleinen farm und gerade gab es ein kleines update es gibt jetzt fünf neue bäume und zwar ja sind die mit gutscheinen goldene orange goldene lose lila also für die kleine farm leider nicht machbar aber da gucken wir gleich mal bei der großen farm so jetzt level ich hier gleich auf noch 2000 xps fehlen da warte ich noch auf speckkuchen ach so ich habe hier eine baumwoll aufgabe ja ja der silo ist voll so ja ich verkaufe gleich baumwolle hier habe ich noch eine weizenanzeige drin ja ok weizen für 30 ist jetzt nicht so begehrt so ja und dann kann ich gleich den hummerpool freischalten wahrscheinlich werde ich wieder zu wenig geld haben mal gucken so dann muss ich noch zwei mal baumwolle machen damit es reicht so dann geht es jetzt erstmal die stadt da level ich nämlich auch gleich auf vielleicht jetzt gleich beides zusammen so ich warte noch mal kurz weil jetzt erstmal dazu kommt ja der wird dann sowieso nur drei leute da lassen ein brett so mir fehlen hier jetzt noch 60 herzen ja wie viele gutscheine habe ich denn gucken wir doch mal ja das ist nicht so doll so jetzt nicht zu schnell das waren vier herzen ach gott vielleicht level ich doch nicht auf ganz vorsichtig jetzt gleich jetzt gleich ja oh gott jetzt beides und wie macht er das jetzt glückwunsch ich bin jetzt level 10 und 10 dias toll und der andere kommt jetzt nicht och ist das fies och ist das fies och man och ist das gemein och das finde ich ja wohl nun wirklich krass man levelt mit beidem auf und kriegt nur ein bildschirm auch jetzt bin ich echt beleidigt so was wird hier jetzt angezeigt im laden so ah die vogelscheuche kommt immerhin hummerfischen und der hummerpool sind jetzt in deinem angelbereich freigeschaltet schaust dir an ok ich habe neulich einige hummer gesehen die sich im kalten wasser vergnügt haben sollen wir den kleinen beheizten pool für sie reparieren tipp auf den hummerpool um ihn zu reparieren 80.000 ok was passiert denn wenn ich jetzt trotzdem drück oh dann kostet das 180 dias nein danke jetzt kann ich noch nicht mal dinger hier anstellen das ist ja fies ok so was passiert denn bei level 45 gucken wir gleich mal wenn er mal zu lädt ähm dumm die dumm die dumm ach dann gibt es den trecker ja haha achso ja man kann ihn jetzt ja auch kaufen und ne pizza krummer pizza fischpizza kommt dazu ok ja gut dann sehen wir uns gleich nochmal auf der großen farm so jetzt bin ich auf der großen farm und dann gucken wir doch mal oh 323 grüne 149 blaue 67 lilane und 35 goldene ok dann gucken wir uns doch nochmal ganz genau die bäume an nee dann gehen wir mal auf gutscheine so der lilane 25 der lebhafte 10 und 10 ok den probiere ich mal hier aus allein der name lebhafter baum mal gucken wie lebhaft er ist naja geht so ne der ist so ein bisschen wie die mit den lichterketten aber ohne lichterkette ja und die roten und orangenen finde ich jetzt so ein bisschen zu herbstlich also auf jeden fall den roten aber ich habe ja diesen orangenen da neulich gekauft und der goldene passt ja vielleicht zum goldenen baum also gehe ich jetzt mal in die stadt hier habe ich übrigens noch die wollaufgabe ja das dauert noch gut dumm die dumm die dumm so einer wurde hier abgeholt mal gucken mit dem goldenen baum ja ich mache hier einfach mal dann fällt frei so fünf goldene fünf lilane ach so der heißt gar nicht goldener baum der heißt gelber baum so erstmal ach jetzt sehe ich natürlich nicht wie gelb der ist der ist aber fast genauso groß okay stellen wir ihn nach jetzt kann ich sehen ja gut ja so und der orangene kostet was zehn lilane fünf blaue dann hätte ich noch 32 lilane also wenn ich mir zwei hole wenn ich die hierhin stelle dann sieht man die figur nicht mehr und der lilane baum würde ja hierzu passen oder nur einen orangenen weil der ist ja auch ziemlich mickrig und den dann irgendwie an strand stell ach das sieht auch doof aus den dann hierhin stell naja okay dann noch ein orangenen wo bist du ich würde sagen jetzt doch vielleicht lieber wieder die bank da in die mitte wobei die da sowohl nicht hin passt und den orangenen hierhin ja ich glaube das ist besser so jetzt brauche ich da noch ein bisschen weg wo ist der weg da eins zwei drei drei so dann mache ich das hier mal weg so mach mal weg so die platten etwas auseinander ach geht gar nicht so einfach so ich glaube das wird nicht ganz mittig ach man das ist ja alles doof so ja jetzt ist hier links mehr platz ich glaube eine platte habe ich noch über ja und dann vielleicht noch goldene weg dazu der jetzt da ist okay naja naja okay ja ja ich müsste das ganze denn eins schmaler machen und hier ist ja natürlich immer noch nichts schade schade na gut ja hier werde ich dann auch bald mit der stadt aufleveln ich warte dann natürlich aber auf eine stadt aufgabe na gut danke fürs zugucken tschüss für warte m warte m m warte ja warte m warte warte tschüss warte s warte